willkommen zu frequent traveler tv eine schnell aufgenommene frisch gepresste folge für euch ortszeit 18 44 so spät nämlich normalerweise gar nicht auf aber ich habe heute mit freddy einige folgen aufgenommen ab morgen könnt ihr sie wahrscheinlich sehen wenn ihr kanalmitglieder seit ab business class heute die folgen frisch gepresst deshalb schnell für euch und zwar lufthansa es wird wieder gestreikt wie passagiere werden in haft genommen dann übernahme von spirit airlines durch jetblue gescheitert lufthansa droht die übernahme von ita abzublasen dann ita scheitert vor gericht in einer markenrechtssache werden wir uns angucken und als letztes thema sommerurlaub wird teurer durch die ticket steuern auf der itb wo ich leider dieses ja nicht bin weil ich andere sachen habe wird es probleme geben also ihr wisst ja wie immer an dieser stelle den kanal abonnieren die glocke an machen ein like da lassen kommentieren und alles tun damit der kanal nach vorne kommt kanal mitgliedschaft ist natürlich geilsten aber like und alles was nichts kostet das solltet ihr tun dafür danke ich euch an dieser stelle was haben wir als erstes thema natürlich haben wir an erster stelle den lufthansa streik ich habe das übertitelt mit neue woche neuer streik oder neuer lufthansa streik wir werden als passagiere in geiselhaft genommen rund 200.000 passagiere werden am nächsten donnerstag und freitag nicht wie gewohnt fliegen können lufthansa wird viele flüge ausfallen lassen ein flug der besonders traurig ist der ausfällt ist der flug von frankfurt nach talin zu unserem event was wir das wochenende haben ihr könnt ein theoretisch erst dann umbuchen und praktisch wenn lufthansa die flüge streicht aber leider hat lufthansa die offiziell gestrichen was passieren kann wer von euch zb aus berlin kommt oder aus frankfurt kommt um dann weiter nach teil zu fliegen kann zum beispiel über zürich fliegen oder aber wer da keinen erfolg mit hat sollte dann einfach er baltic buchen oder finn er buchen um nach talin zu kommen und dann halt die lufthansa in regress nehmen denn trotz der streikgeschichten ist lufthansa nicht aus der beförderungspflicht raus es wird natürlich keine kompensation geben nach eu verordnung aber beförderungspflicht gibt es und andere pflichten da empfehle ich von unserem kollegen matthias dr matthias böse muss ich ja sagen seinen beitrag auf seinem blog recht eindeutig da schreibt er ganz genau was er als anwalt dort seinen leuten empfiehlt also das nur so als literaturhinweis der streik selber geht ja natürlich immer wieder am boden personal aus und da geht es darum dass man die löhne und gehälter steigert da ist es auch so dass dieser wahrensteig halt von der gewerkschaft ausgerufen worden ist er startet ganz genau um vier am donnerstagmorgen und um 7 uhr 10 am samstag hört er auf und wir wissen ja alle warum musik vor 10 das ist ja diese magische uhrzeit und das heißt also 59 stunden und damit hätte man 145 stunden warenstreik gehabt bei dieser ganzen geschichte und das schlimme ist natürlich der warenstreik ist ja nicht nur da wenn warenstreik ist sondern auch da wenn es da in irgendeiner art und weise vor und nachher flüge gestrichen werden die sind ja dann zusätzlich noch als problem fall da wir haben sie immer wieder besprochen auch wenn zuletzt der ausstand bei der cargo war dass bei lufthansa halt sechs baustellen sind austrian airlines brussel airlines lufthansa boden kabine cockpit und bodenpersonal ich hoffe ich habe es jetzt alle zusammengekriegt und es ist für uns schon nervig als passagiere ihr könnt hier gerne unten wieder kommentieren was er davon haltet was er dazu denkt da bin ich echt gespannt auf eure meinung und ob ihr sagt ja das ist jetzt alles in ordnung wenn man halt 12,5 prozent lohn fordert und dass wir da in haftung genommen werden wird ein heißer sommer werden wir haben in vier minuten 10 in die sendung schon das zweite thema was auch gescheitert ist und das ist jet blue die ja die spirit airlines übernehmen wollten und dieser merger kommt halt nicht zustande weil jet blue festgestellt hat dass bei der beiden administration keine freude zu kriegen ist also die sagen da dass man marktbeherrschend wird das ist das problem also man sieht da genau das problem dass wir passagiere darunter leiden und da ist es halt so dass jet blue in 2022 im april als es glaube ich mit frontier war haben wir ein angebot gemacht an die aktionäre um die aktien quasi wie nennt man das feindlich zu übernehmen 33 prozent pro aktie zu bieten was relativ hoch ist und das hat dann so das ganze verursachten dass die beiden administrationen gezwungen war diese merger dann zu verbieten und im januar war das so dass ein federal judge also ein bundesrichter gesagt hat ja das ist eine monopolstellung da ist eine gefahr für uns passagiere heißt also dass man dort wirklich guckt dass man da ja die passagiere dann über den tisch zieht aber es wird bis zum 24 juli 2024 jetzt nicht wirklich möglich sein für jet blue da alle maßnahmen die da gefordert worden sind um dieses aus der welt zu räumen zu machen und deshalb gesagt okay vergessen machen wir nicht also das heißt dass man hier keine einigung hat und spirit chef ted christie sagte man hat immer wieder natürlich noch immer im kopf dass man auch als eigenständige firma operieren kann und da guckt man einfach und interessanterweise weiter die nicht zustande kommt müssen 69 millionen von jet blue ans period gezahlt werden das ist ja nicht ungewöhnlich ich weiß gar nicht wo ich das das letzte mal gesehen hatte wenn ein deal nicht zustande kommt dass die fluggesellschaften oder aber auch die firma die das ganze übernimmt gesagt hat hey freund der gepflegten gastlichkeit wenn das nicht zustande kommt müsst ihr strafe zahlen und das ist so üblich und hier ist es jetzt so dass man dort jetzt einfach geht sein auch spannend an der geschichte ist dass der aktivist und investor karl ikan zehn prozent in jet blue investiert hat und hat damit halt sich auch ein sitz im aufsichtsrat besorgt und diese geschichte hat auch damit zu tun dass jet blue hatte das ganze auch mit angst zu tun was bei twl passiert ist in 80er und 90er jahren das war irgendwie da dass er hat dort ein so genanntes asset stripping gemacht das heißt also alles was wertvoll ist nid und nagelfest war vercheckt und hat damit dann auch also die tw ja im prinzip in den bankrott getragen und ins chapter 11 wo sie dann nicht rausgekommen sind sondern ist dann am ende natürlich bei american airlines herausgekommen bei 2001 als sie aufgekauft worden sind und das wird man nicht mit jet blue auch nicht machen ja das sind so diese geschichten ich glaube das war auch eine geschichte wo man halt kredite nimmt um etwas zu kaufen und dann mit dem wenn man die firma ausschlachtet die kredite zurückzahlt von der firma selber bezahlt und damit dann halt quasi alles aushöhnt jetzt sagen wir natürlich haben wir da nicht in deutschland auch eine übernahme die wir machen wollen ja wir wollen bei den italienern die ita übernehmen ita airways beziehungsweise alitalia wie ich sie nenne es wird gleich noch mal wichtig wartet im weiteren verlauf der sendung warum und da ist es so dass man bei der lufthansa die geduld wohl verliert also man hat da keinen bock drauf und deshalb ist es so dass man in frankfurt mit brüssel halt jetzt keinen bock mehr hat irgendwie und sagt da die hart bleiben dass frankfurt sagt dann machen das halt nicht also sie haben damit gedroht ich bin mal gespannt ob da was passiert und so ist es so dass der sechste juni ist wohl in den augen von carsten spor und ita rs antonio turicci das ist der chef der airways dass man dort dann quasi sagt das ist das datum also da muss es passieren und das ist sowieso und dann will die europäische kommission ihre einschätzung einstieg der lufthansa halt auch sagen aber in brüssel hat man halt vorbehalte und genau dieselben vorbehalte die man auch in usa hatte bei der übernahme von jet blue und spirit airlines dass man dort unhappy ist über solche dinge und strom frankfurt brüssel wird halt rege hin und her gearbeitet gemacht und getan und man versucht da dann auch eine lösung zu finden aber es ist halt schwierig die quadratur des kreises und auch hier könnt ihr jetzt noch mal kommentieren und die frage des tages ist ita übernahme durch lufthansa ja oder nein seid ihr dafür seid ihr dagegen oder sagt ja blast den scheiß einfach ab kein bock mehr mir geht's auf den sack weil er schon oft genug davon gehört hat und keine lust mehr habt aber es ist so dass man halt sagt dass die lufthansa der eu versucht gerade zu erklären warum sie falsch liegen mit der einschätzung finde ich sportlich finde ich interessant aber man muss halt glücklich das problem daraus sehen dass die lufthansa dann einfach auch keinen bock mehr hat und das wort was benutzt worden ist wohl sein verzichtet v das v wort wie es kooperiert wird und man kann jetzt überlegen ob das taktik ist ob das strategie ist auch das könnt ihr als frage des tages beantworten ist das jetzt etwas wohl lufthansa wirklich den daumen schon runter gemacht habt um im alten römischen stil zu sein und zu sagen wenn der gladiator getötet werden soll kein bock mehr daumen runter oder ob das jetzt etwas ist was aus echter frustration passiert da bin ich mal gespannt und ist lufthansa in einer merkt beherrschenden stellung in einigen flughäfen wird zum beispiel in mailand in linate und versteht ihr dass die luft sogar keinen bock mehr hat kommentiert heute ich bin mal gespannt was ihr so kommentiert was auch interessant ist und da gebe ich euch direkt ein bild auf die augen und zwar ist dass die ita airways die ist da etwas unglücklich gegenüber der aero italia war es das bild ich habe euch versprochen hier ist es nämlich das ist die livery livery von der aero italia und ihr seht na das hat mit den flugzeugen in azur blau von italia nichts zu tun aber es erinnert doch an alitalia wenn man so sieht farbstellung und so weiter aber italien ist halt normal dieses grün weiß rot also das muss man ja der ehrlichkeit halber sagen und italia alitalia aero italia da sagt man dass man halt wirklich da sehr nah herankommt 90 millionen hatten die ita leute auf den tisch gelegt um die markenrechte von alitalia zu bekommen damit genau keiner schindluder treiben kann mit dem markennamen und alitalia aufmacht und denen dann das wasser abgräbt und jeder sagt ich fliege alitalia das ist die italienische fluggesellschaft who the fuck is ita und da ist es halt so dass man das markenpaket ja seit 20 21 besitzt und als die andere bude kamen die sind ja 2022 glaube ich einen markt gegangen 20 21 und die sind halt phonetisch wenn man so schön sagt alitalia aero italia relativ nah dran und jetzt wollte die ita ganz einfach sagen die sollen zunächst die unterlassung unterschreiben und sagen benutzt den namen nicht benutzt das logo nicht das ist alles zu nah an der alitalia dran man hat dann gesagt nö kein bock drauf gehen wir vor gericht man ist vor gericht gegangen und eiferfahren schlappe hingenommen verloren richter hat gesagt festhalten zu viel gleichklang ist da nicht aus sicht des richters zu hören alitalia aero italia könnt selber entscheiden ihr könnt das ja mehrfach vor euch hin und her sagen ob ihr das als gleichklang empfindet und es wäre eine verwechslungsgefahr in italien ist es natürlich so dass alitalia auch da natürlich eher so ein unternehmen ist was jetzt nicht wirklich erfolgreich am markt war ich will jetzt nicht sagen eine gescheiterte existenz aber durchaus auch nicht so ganz so gut behaftet und man hat trotzdem angst dass es verbraucher gibt die bei aero italia ein flug buchen denken sie wollen bei alitalia flugzeug setzen also ich bin mal gespannt was ihr dazu sagt und wie das passiert abgesehen davon auch wenn es für langstrecke eventuell alitalia heißen sollte werden die wirklich kommen was passiert wenn die lufthansa übernahme nicht stattfindet vielleicht werden die auch einfach irgendwann mal in den wilden irrungen und wirrungen der ewigen strudel der wiedergeburten wird und nennen sich dann vielleicht ganz anders man weiß es nicht also hier seid ihr dran und ich bin mal gespannt was ihr dazu sagt jetzt zum letzten thema und das ist ein thema was uns in deutschland vielleicht den ein oder anderen auf die palme bringt fliegen wird teurer durch die ticket steuern das ist ein thema auf der itb 2024 was dort besprochen wird und zwar die streiks im luftverkehr und auch im bahnverkehr da gibt es ja auch streiks da haben die leute alle keinen bock mehr drauf und das belastet die leute und da ist es halt so dass dies durchaus aber die buchung nicht einfallen lässt die leute sind halt nur genervt aber mehr auch nicht jetzt ist aber so dass man wegen der höheren ticketsteuer auch höhere preise beim fliegen bekommt und auch die streiks die belasten halt die touristiker und man muss natürlich dann sehen dass das interessante einer geschichte ist dass bei der itb am fünften bis zum siebten also morgen startet sie morgen startet die itb in berlin trotzdem das problem der sehnsucht nach der sonne des deutschen nicht zum abklingen bringt und natürlich die buchung sind 33 prozent über dem vorjahresniveau und der buchungs umsatz liegt aber bei 47 prozent also das heißt dass die vom 33 gestiegen der umsatz geldanstieg ist 47 prozent gestiegen die leute kaufen also teurer und das ist natürlich interessant man geht da von einer preissteigerung aus wie seht ihr das ist so etwas auch für euch ein thema oder habt ihr das gefühl dass viele leute jetzt die tickets gebucht haben um halt der ticketsteuer vorzugreifen weil ihr tickets retrospektiv nicht von der höheren steuer betroffen werden also das heißt dass es da dann keine repressionen gibt und sagt ja du hast ja im februar gekauft fliegst aber jetzt erst im august höhere ticketstreu her mit den benutzen also das geht wohl nicht so natürlich ist es so dass auf der kurz und mittelstrecke buchungen nach skandinavien hinweis finnland ist nicht skandinavien heißt also dänemark schweden und norwegen zugenommen haben als auch interessante ziele sind und ich kann aus eigener erfahrung sagen ja es lohnt sich dort hin zu fliegen wir ansonsten die top ziele wissen wir türkei spanien und also einfach ein alter klassiker der wieder kommt für euch auch noch mal die frage inwieweit ihr sagt ja das wird die preise erhöhen das wird da natürlich noch mal zu spüren sein oder sagt ja nee eher nicht und lach das macht lieber schluss dann sage ich ja ich mache jetzt schluss denkt daran den kanal zu abonnieren die glocke anzumachen ein like dazu lassen zu kommentieren und vor allem auch zu abonnieren wenn ihr halt freuen folgen mit freddie sehen wollt oder aber auch demnächst wieder mit mario oder oder halt auch was über kreditkarten wir haben was mit kreditkarten in vorbereitung aber lasst ein like zumindest da kommentiert das kostet alles nichts kanal mitgliedschaft ist aber das was ich hoffe ab business class unterstützt den kanal oder wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt schreibt mich hier an da kann ich euch gerne hinweise geben also danke dafür und viel spaß und bis morgen bis zur nächsten frisch gepressten folge und für euch wie immer der klassiker der abspann auch wenn es kein vorspann mehr gibt ich weiß es sind einige traurig aber vielleicht beim nächsten live da kommt er wieder also bis dann ciao